Der Kampf um die Schale in der Bundesliga ist meistens langweilig. Der FC Bayern ist zum neunten Mal in Folge deutscher Meister geworden. Klar, auch jetzt gilt man als Top-Favorit. Aber was muss passieren, damit Bayern dieses Mal nicht Meister wird? Darum geht's hier im Video. Vier Dinge sind mir eingefallen. Was genau, klären wir jetzt. Los geht's. So Leute, hier hab ich noch eine Video-Empfehlung. Wenn euch die Geschichte der Bundesliga bzw. des deutschen Fußballs interessiert, checkt mal MrWissen2go Geschichte aus. Der Mirko hat gerade auch ein Video rausgehauen. Genau darum geht's da. Oben im i ist das Video verlinkt. Und später natürlich auch noch in der Endcard. Starten wir direkt mal mit Punkt eins. Die Trainerideen gehen schief. Der FC Bayern hat ja einen neuen Mann an der Seitenlinie. Julian Nagelsmann. Er hat neue Ideen und ne ganz klare Philosophie. Mit ihm soll ne Ära geprägt werden. Sein Vertrag läuft bis 2026. Er genießt im Verein das vollste Vertrauen. Tja, der Start könnte aber holprig sein. Das hat mehrere Gründe. Problem eins, die kurze Vorbereitung. Viele Stars sind erst zwei Wochen vor Bundesliga-Start ins Training eingestiegen. Das ist nicht optimal. Nagelsmann steht nämlich für einen sehr variablen und komplexen Spielstil. Immer wieder stellt er um, auch während eines Spiels. Der Fokus liegt hier insbesondere auf dem Zentrum. Die Außenverteidiger ziehen beispielsweise immer wieder nach innen, um dort zu helfen. Für die Spielkontrolle ist es gut, so gibt's mehr Anspielstationen. Und das reißt natürlich auch Lücken für die Kollegen auf. Die Sache ist, es ist extrem wenig Zeit, um die Dinge einzustudieren beziehungsweise zu üben. Und da könnte dann am Ende noch Sand im Getriebe sein. Dazu gibt's Problem zwei, die Chemie. Julian Nagelsmann fordert sehr viel. Er meint sogar selbst, oft sei er an der Grenze zur Überforderung. Insbesondere im Training. Ja, da gibt's komplexe Übungen mit sehr vielen Regeln. Der Grund, wenn er zehn Prinzipien pro Tag trainieren lässt, merken sich die Spieler vier. Das geht dann in Fleisch und Blut über. So will er, dass die Spieler so schnell es geht seinen Stil verinnerlichen und dann auf dem Platz die richtigen Entscheidungen treffen. Aber die Gefahr ist halt, dass die Stars von dieser Trainingsmethode genervt sind und so die Moral in der Kabine sinkt. Ihr wisst, beim FC Bayern gab's zuletzt einige Missverständnisse. Carlo Ancelotti ließ zu Lasch trainieren, das sorgte für Ärger. Und Niko Kovac hatte ne zu defensive Strategie, das gefiel den Spielern überhaupt nicht. Hier gab's dann jeweils ne Krise. Also, Kommunikation ist total wichtig. Nagelsmann muss viel mit den Spielern reden, und zwar auf Augenhöhe. Das gilt er eh als große Stärke von ihm. Mal ganz ehrlich, ich finde Julian Nagelsmann als Trainer total spannend und glaube, dass er beim FC Bayern Erfolg haben wird. Aber man muss ihm halt Zeit geben. Sollte er seine Ideen nicht sofort umsetzen können, sprich, sollte es nen holprigen Start geben, muss die Konkurrenz da sein und es ausnutzen. Die Chance ist definitiv da. Dazu gibt's Punkt zwei, die Verletzungssorgen. Hier vorneweg, ich wünsche keinem Spielern ne Verletzung. Ganz im Gegenteil, aber die Gefahr ist halt immer da. Der Kader des FC Bayern ist extrem klein. Nur 26 Spieler stehen zur Verfügung. Zum Vergleich, in der Bundesliga hat nur ein Klub noch weniger Spieler, Arminia Bielefeld. Stand jetzt, ein Zufall ist es nicht. Es gibt mehrere Gründe für diese Kaderplanung. Erstens die Moral. Die Stars sollen genug Spielzeit erhalten, damit jeder zufrieden ist. Gute Stimmung soll es in der Kabine geben, und keiner soll frustriert sein. Und zweitens das Geld. Wegen Corona sind nicht so viele Scheine im Geldbeutel. Weitere teure Transfers kann sich der FC Bayern aktuell nicht leisten. Hier seht ihr mal die mögliche Startformation. Die sieht top aus, inklusive einiger Stars. Aber die Belastung wird riesig sein. Man will auf drei Hochzeiten tanzen. In der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League. Das kann schiefgehen. Schon in der vergangenen Saison gab's viele Verletzungen. Im Schnitt 67,76 Tage fehlte ein Bayern-Spieler verletzt. Platz drei in der Liga. Lucas Hernandez hatte immer mal wieder kleinere Blessuren. Alphonso Davies fehlte wegen eines Benderrisses im Sprunggelenk. Und auch Leon Goretzka schlug sich mit mehreren muskulären Problemen rum. Da gibt's noch zig weitere Ballspiele. Auf so Ausfälle jetzt zu reagieren, wird total schwierig. Ich finde, der Kader ist schwächer als in der vergangenen Saison. Hier seht ihr mal die mögliche B-Elf, die ich zusammengestellt hab. Da merkt man schon, die Qualität auf der Bank sinkt. Es gibt zig Baustellen, insbesondere im zentralen Mittelfeld und auf den Außenverteidigerpositionen. Das kann problematisch werden. Hier jetzt mal die Frage an euch. Stimmt ihr mir zu? Seht ihr's genauso? Oder findet ihr den Kader gut? Schreibt mir eure Meinungen gerne unten in die Kommentare. Die Bosse haben ja die Lösung parat. Auf Talente setzen, sie als Backup aufbauen und bei der Entwicklung helfen. Beim FC Bayern will man, dass endlich mal wieder ein Eigengewächs den Durchbruch schafft. Aber Julian Nagelsmann drückt da so ein bisschen auf die Bremse. In der Vorbereitung haben zwar zwei bis drei Talente einen guten Eindruck hinterlassen, er denkt jedoch nicht, dass die viel spielen werden. Beim FC Bayern wird mit dem Feuer gespielt. Der Kader ist nicht breit genug, um auf viele Verletzungen zu reagieren. Sollte das passieren, muss die Konkurrenz da sein und das ausnutzen. Also, auf mich wirken die Bayern dieses Mal nicht unbesiegbar. Punkt drei, die Abgänge werden nicht gut ersetzt. Der FC Bayern baut ja gerade insbesondere die Defensive um. Jerome Boateng und David Alaba sind weg. Leistungsträger, die auch charakterlich in der Kabine total wichtig waren. In der Hierarchie standen sie ganz weit oben. Sie muss man ersetzen und leicht wird es nicht. Der neue Chef soll Dayo Upamecano sein. Aus seiner Leipziger Zeit kennt er ja schon die Philosophie des Trainers. Das kann Vorteil sein. Ob er aber in die Chefrolle wachsen kann, wird sich erst zeigen. Er gilt ja nicht als lauter Spieler, der viele Anweisungen gibt. Jetzt stehen direkt erst mal einige Top-Spiele an. Erst der Bundesliga-Auftakt bei Borussia Mönchengladbach, dann am vierten Spieltag das Duell bei RB Leipzig. Dazu gibt's ja auch noch den Supercup bei Borussia Dortmund. Abwehrfehler werden da wahrscheinlich eiskalt bestraft. Die Bayern-Abwehr muss direkt stabil stehen und Ruhe ausstrahlen. Sprich, die Abstimmung muss stimmen. Für den FC Bayern ist das ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Konkurrenz wiederum kennt diese Situation. Fast jedes Jahr gibt's da Abgänge von wichtigen Spielern, die man verkraften und kompensieren muss. Bei RB Leipzig hat's zwar ein bisschen gedauert, um einen neuen Top-Stürmer zu finden, aber er ist da, Andrej Silva. Mit 28 Ligatoren war er in der vergangenen Saison ein echter Knipser. Er bewegt sich einfach smart im Strafraum, ist dazu auch noch kopfbar stark. RB hat zuletzt genau dieser Spielertyp gefehlt, um eben mehr Gefahr vor dem Kasten auszustreien. Das könnte tatsächlich ein ganz wichtiges Puzzlestück sein. Auch in der Defensive haben die Leipziger nachgebessert. Joschko Gwardiul gilt als eines der größten europäischen Abwehrtalente. Bei der EM stand er viermal in Kroatien Startformation. Letzte Saison wurde er verpflichtet, dann direkt verliehen und jetzt ist er final in Leipzig angekommen. Mohamed Simakhan ist dazu robust, kopfballstark und sehr fleißig. Als erster RB-Spieler stieg er in die Saisonvorbereitung ein. Insgesamt über 30 Millionen Euro hat RB Leipzig für die beiden hingeblättert. Sie passen einfach zur Klubphilosophie. Man will ja Spieler entwickeln, aber klar, sie brauchen noch ein bisschen Zeit. Bei Borussia Dortmund sieht die Situation relativ ähnlich aus. Jadon Sancho ist weg, keine Überraschung. Auf diesen Wechsel konnte man sich ein Jahr lang vorbereiten. Sein Ersatz wurde auch direkt verpflichtet. Daniel Mahlen. Er ist ein etwas anderer Spielertyp. Er ist physisch stärker und könnte auch in der Doppelspitze auflaufen. Mal schauen, welche Rolle er dann final spielen wird. Am Ende geht es darum, welcher Top-Klub die Abgänge am besten kompensiert. Der FC Bayern, RB Leipzig oder Borussia Dortmund. Und wer halt am wenigsten Eingewöhnungszeit braucht. Ich finde, die Verfolger haben auf dem Transfermarkt echt vieles richtig gemacht. Und Punkt 4, die Konstanz. Wenn der FC Bayern schwächelt und Punkte liegen lässt, muss die Konkurrenz sofort da sein und es ausnutzen. Lasst uns deshalb mal vor allem über sie reden. Borussia Dortmund hat seit Jahren das gleiche Problem. Man tut sich gegen tiefstehende Gegner schwer. Letzte Saison ließ man gegen den FC Augsburg, 1. FC Köln, Union Berlin und Mainz 05 Punkte liegen. Meistens hatte da der BVB etwa 70 Prozent Ballbesitz. Ein Muster lässt sich da erkennen. Klar, in der Rückrunde sah das schon deutlich besser aus. Mehr Tempo war generell im Spiel, auch mehr Tempo in den Pässen. Dazu gab es schnelle Verlagerungen auf die Außen und mehr Spieler im Strafraum, um torgefährlicher zu sein. Trotzdem ist da noch gewaltig Luft nach oben. Für Erling Haaland gilt das auch. Oft bleibt er in so Spielen unsichtbar. Gegen den FC Augsburg und Mainz 05 traf er in der vergangenen Saison überhaupt nicht. Klar, da muss er mit mehr Bällen gefüttert werden. Auch die Mitspieler müssen da helfen. Und dann vor dem Kasten muss er ein bisschen kaltschnäuziger sein. Bei Borussia Dortmund ist man sehr selbstbewusst. Kapitän Marco Reus meint, der Kader ist gut genug, um Meister zu werden. Ja, ich denke, wenn der BVB diese Pflichtsiegel gegen Underdogs feiert, ist der Titel definitiv drin. RB Leipzig wiederum ist zuletzt der große Bayernjäger gewesen. Eine fantastische Saison spielte man, aber die Luft ging am Ende aus. In den letzten sechs Spielen gab es nur einen Sieg. Da gab es auch Ausrutscher gegen den 1. FC Köln und Union Berlin. Das muss man abstellen. Meine These ist, wenn der FC Bayern Druck spürt, insbesondere in der heißen Saisonphase, ist die Chance groß, dass wir einen engen Kampf um den Titel bekommen. Dann könnten die Münchner Fehler machen und so natürlich dann auch Punkte liegen lassen. Klar ist, die Konkurrenz muss eine mega gute Saison spielen, um Meister zu werden. Aber genau das trau ich. Borussia Dortmund und auch RB Leipzig zu. So, zum Abschluss habe ich wie gesagt noch das Video von MrWissen2go Geschichte für euch. Da geht es um die Geschichte des deutschen Fußballs beziehungsweise auch der Bundesliga. Hier ist es verlinkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.